Ich hab' die Schultern direkt, mein Schwanz wird bestreiten. Alter! Hey dann, also, eigentlich können wir anfangen. Okay, seid ihr alle leise? Dann fangen wir an. Hey Clay, du verarschst mich jetzt, oder? Mann, Clay, jetzt schmeißt die verdammte Katze weg, Mann! Sieh's vollends? Du bist eigentlich nur da, Clay, die haben mich ziehen doch ab. Ich hab' noch'n Date mit deiner Schwester. Haltet mal! Alle das Maul! Alle! Ja, man haltet die Fresse, Mann! Okay. Kyler kann nix dafür. Seine Eltern sind halt Geschwister. Ein Wort, mich hau' dir so auf die Fresse, Alter! Töter, Mann! Ich dachte, wir machen hier Rap oder so. Gangster!